Hallo und herzlich willkommen zu diesem letzten Gruppenvideo des heutigen Tages. Hier sind wieder Rob und Phil. Und Phil und Rob. Ja, und wie Sie sehen, sehen Sie hier die Gruppen für die beiden Halbfinalpartien. Start ist 18 Uhr, alles wie sonst auch. 17.30 Uhr bitte die ganzen FCs adden, 17.45 Uhr Raumerstellung, 18 Uhr geht es los. Wir fahren wieder drei Grands Prix. Die Regelungen sind wie eh und je. Um da nochmal was anzusprechen, der gute Matti hat leider nicht daran gedacht, hat auf staubtrockenen Ruinen den Ultra SC genommen, hat aber, nachdem er den gezogen hat, sich wieder daran erinnert, dass der verboten ist, hat sich dann in den Sand gestellt und ist letzter geworden. Aufgrund dieser Tatsache hat er seinen Fehler eingesehen. Es war keine Absicht von ihm und er hat ihn bereinigt. Er hat da null Punkte bekommen für das Rennen. Aus diesem Grund ist er weiter und wird nicht aus dem Turnier gekickt. Jetzt überlege ich gerade, gibt es noch etwas zu sagen? Regeln bleiben wie immer. Drei GPs und der Beste möge weiterkommen oder so. Ja, genau. Es sind ziemliche Hammergruppen, kann man denke ich so sagen. Und es gab in der zweiten Runde einige Probleme, gerade in meiner Gruppe, was DCs anbelangt, sodass wir eben am Ende noch zwei Rennen drangehängt haben, weil nämlich beim ersten Grand Prix bei zwei Rennen einfach die Ergebnisse ein bisschen fehlten. Und auch auf Cooper Cup kam es dann im zweiten Grand Prix, direkt am Anfang zu einem DC bei mir. Und deswegen haben wir dann zwei Rennen noch wiederholt. Das nur zur Erklärung, falls jetzt sich einige gewundert haben. Ansonsten, gutes Gelingen, 18 Uhr geht es los, seid bitte pünktlich wieder im Raum. Wir starten dann wieder pünktlich, denn wir möchten ja dann irgendwie auch mal durchkommen mit dieser Runde. Das Finale wird dann morgen gespielt, vermutlich morgen gegen Vorabend oder so. Aber das können wir ja dann mit den einzelnen Personen, es sind ja dann ja nur noch nicht mehr so viele Personen. Das kann man mit denen absprechen, wann die dann ganz gut Zeit haben, denn in allen Bundesländern ist ja noch Schule. Es kommen im Übrigen, wie viele kommen weiter? Das haben wir uns gar nicht überlegt. Vier, doch, doch. Vier wollten wir doch. Nein, vier Fliegen raus, genau. Vier Fliegen raus in jeder Gruppe. Sechs kommen weiter, dann haben wir zwölf für das Finale. Drei Grand Prix und ansonsten alles wie gehandhabt. Gutes Gelingen und dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.